Hey Leute, kleiner Kontext zu diesem Street Skating Video heute. Wir filmen immer noch für Peak Wax Volume 1. Wenn ihr das Video heute seht, das Video ist schon draußen, geht zurück in meinen YouTube-Kanal, schaut euch das Original an. Peak Wax Volume 1. Heute, im heutigen Vlog, bin ich zusammen mit Junios an den Helge Wiskaten in Kronach, oder besser gesagt in Kronacher Gegend, haben wir einen Sport, Bank und dann Stufen-Set. Also, roll the clips. Okay. Okay. Ja. Fuck, ey. Yes. Das hat mir den heftigen Impact fehlt. Der war saftig. Alter. Schade. Extriß. Okay. Okay. Fuck, ey. Ich weiß ich. Das hat mir super, sehr sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, wie wir die Maske ansprachachen sind, wie wir das kompletttourken sind. Ich weiß nicht, wie sie sich für Sie uns so gut auszocytieren. Die Maske war so gut aus, wer nicht aufgebaut werden. Das geht dann. Oh. Ich weiß nicht, wie die Maske ist. Ich weiß nicht, wie wir das laufen verknemen. Sie sind die Maske rüberklammung waren. Sie sind nebenbei, wie, ich muss jetzt wieder Discover ist und Schick! Das muss ich schätzen, ja? Ja Bist du bummelig? Bisschen zu viel Bisschen zu viel Ein 180 so für mich selber Ja Schade Schade Ja, zu langsam Ja Ja Nice head Du musst schon wieder so stehen, dass ich halt kann Ja Ja Alles gut? Ja Boah Oh, Setsch Schade, Mann Ja Ja Das ist glaube ich Ein bisschen Bisschen Ja 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 Fuck Also jetzt bist du aber echt cool Ja 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 Alles gut Ja Schade Ja Schade Ja 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 Ja